ja willkommen mein namen ist dann die rülp und ich begrüß euch zurück zu let's play tells of the serie wir gehen mal schnell weiter weil unsere kleine kamona hat um hilfe berufen hat jedenfalls elena gehört und ja wir müssen uns sehr sehr beeilen weil ich wenn ich habe der kleinen was passiert wir haben ausgefunden dass wir hier kein terium mehr suchen müssen weil also wir haben erst herausgefunden dass hier ein terium befindet aber wir müssen nie nicht suchen weil wer wird ja dieser terium ist wissen ja alle nicht wie war deine beziehung mit autos noch mal ja Ich glaube, dass ich mit meinem弟 und meinem弟, er ist ein Gehirn, aber ich war mit 10 Jahren zusammen. Ich glaube, das war so. Der Grund ist, dass ich mit meinem弟, und meiner妹, Kurma, um ihn zu tun. Soll ich meine Familie? Es geht nicht mehr. kannst du es auch genau das gleiche machst du jetzt auch die gemeinheit aller leute hier bringst du jetzt die anderen sind ja egal aber du willst eine person töten du willst alle dafür umbringen um das zu erreichen das ist irgendwie genau gleiche so in dem sinne das ist Sie haben es nicht möglich… Aber es ist es, wenn sie es in der Welt einleitzen. Aber wenn sie nur die Hübe auspüren, und dann nicht die Hübe auspüren, kann man sich nicht wieder zurückkehren? Das ist nicht möglich. Hübe auspüren und die Hübe auspüren wird oftmals. Wenn sich der Hübe auspüren an den Hübe auspüren, die Hübe auspüren, der Hübe auspüren kann man der Hübe auspüren. Geschwindigkeit ja wenn der kleine maus was passiert ist und rande ich also wer mich richtig keine ahnung so was neues im shop kommt zeigt mir gibt es mir nichts okay ach da ist zwei sterne gewesen so wie ich weiß den ganzen turm ein bin ja wenn wir der kleine winn h oder irgendwas dauerte dollar die 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 das steht jetzt einfach nur seine handschült du bist echt so lang ich weiß noch wie in tales of hysteria da war einer der besten momente fand ich wie in tales of hysteria dieses blöde fisch von so einem turm runter gerannt kam und da wählt es hinter dem fisch hergerannt aber bevor irgendwie jemanden gesehen hat leider irgendwie so ein dollar an der zerstörer aller welten und so und da kommt es da weht und rammt den irgendwie voll in den boden rei und ja dadurch mussten wir gar nicht gegen den kämpfen irgendwie jedenfalls sehr gut wieder so ein richtiger callback zu test ist hier ja nämlich den jahr gott warum mann wenn ich habe hier war abziehe ich bin zu spät gekonnt oh mein gott jetzt sieht man den ganzen dingens aber ja klar hat noch irgendetwas kommt der eine poste war viel zu einfach da hat mir kommt mir schon vorstellen ist nicht irgendwie zu stark oder irgendwie sowas war aber sehr gut das ist eine müßliche aktivität ist man ab oh mein gott jetzt immer die ganze meine dinge das ist wahrscheinlich nicht so gut weil es bekommt er wieder dinge da war sehr doof jetzt schwach gingen gehen da bin ein lapis hat wer gerade wie dieses spiel ja überhaupt nicht oh gott heiler orientiert ist also wir haben nicht wirklich heiler oder so was ich habe fast noch nichts abgezogen sehr gut magi doch mal heimat die bringt sie überhaupt nicht auf den höchsten schwierigkeitsgraden deswegen ist mir die ganze zeit hier ohne heiler durch die gegentrennen fällt mir auf das wird kann man mit anderen charakteren ja viel heilung irgendwie einsetzen nochmann auch sehr gut aber damit sie kann ich sehen explosion wird weg und das gericht also war von dir auch mal wieder op wel wird einsetzen auch mal wieder auf dem platte er hat schon genug erfahrungspunkte hat und er noch von naja er war schon so wie tot und sagen wasser nicht an kleiner wasser nicht das ist ja Das ist ein Kuma. Nein, ich bin der einzige Freund, Grifon. Das ist ein Kuma. Das ist ein Kuma. Das ist ein Kuma. Kuma. Warum ist das Kuma? Das stimmt. Grifon ist ein Kuma als Kind. Das ist ein fremde Kuma. Das ist ein Kuma. Es wird ja auch ich. Aber ich bin ein Kuma. Das ist ein Kuma. Ich will Grifon. Ich will nur weg. Das ist ein Kuma. Das ist ein Kuma. Das ist ein Kuma. Was ist das, was ich? Haha. Was ist das, was ich? Das ist nicht so, dass ich das nicht einmal verletze. Ich bin kein Mensch, sondern ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Wenn wenn du deinem Umfang schickst, wenn du dich vorst, wie du aber immer mit deinem Umfang schickst? Du willst dich schicken? Ich glaube, dass du diesen Umfang zu schickst, dann wirst du das Gefühl von dir und deinem Umfang zu schickst. Du bist ein, der mich vorst, der mich für die Einstellung von der Welt zu tun. Das ist ein Grund, was du für mich an. Ich glaube, dass er sich auf der Welt befindet und erinnert sich, mit dem Erinnerung zu sehen, wenn er die Welt der Welt befindet. Aber er hat sich von ihm zu bewegen. Was er an, was er die Kuma-Kuma-Kuma-Kuma-Kuma-Kuma-Kuma-Kuma-Kuma-Kuma-Kuma-Kuma-Kuma-Kuma? Natürlich. Die Königin hat die Arterius und seine Angelegenheit verletzt. Aber ich habe mich nicht verletzt, dass sie die Welt nicht verletzten. Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Und jetzt bald überall die Hölle auf Erden. Weil sie Flügel haben? Ne, weil sie es können, das war meine Antwort. Geil. Geil. Heulner Dach und Himmelszorn und viele Sachen gelernt. Gut. Todesgeachter war für Dings. Ganz okay. Geil. Geil. Charakter. Die Ausrüstung tragen die insgesamt mindestens 15 mal aufgewertet wurde. Ein Bonus von plus 1. 15 mal aufgewertet. Was? Ich kann noch bis jetzt noch 3 mal? Ja, hier ist doch viel zu... Boah, was? Welbett? Genau, wird irgendwie niedergeschlagen. Die Suche Mutter, sie auch Welbett. Also, wo wir die sehen, sie ja nun aufbaut haben, könnten wir ihn auch gleich einen Namen geben. Sätze von Deilinsel. Ich denke, sie sollen seine Ideen lieber für dich behalten. Oh ja, Entschuldigung, dass ich existiere. Klar, wir sind auf der Gefängnisse, aber das ist doch kein Grund, gleich so unfreundlich zu sein. Krögliche Reut, habt ihr Eleanor gesehen? Nein, tut mir leid. Was ist mit dir, Greif? Boah! Im Ordnung. Greif hat sie auch nicht gesehen. Ich verstehe. Jetzt haben wir uns Prinzen nicht so sonderbar. Das... Weil das redest du nicht mit Vögeln. Ja, ich kann nicht sehen, aber... Hm, ich bin zu viel zu essen... Ah! Wir sind die Helden, ja. Ich bin die Helden, aber du bist nur die Helden. Die zwei sind in meinem Leben. Es wird sehr langer, aber... Nein, nein. Du bist auch noch ein paar. Du bist noch 19. das klingt irgendwie falsch nie auf den arm nehmen wer wird mit stimmt mit der frau nicht hier ist niemand ne ne ok wo alles was ich trinke fließt wieder aus mir raus ich muss wohl mal ein paar löcher stopfen was zu trinken zu dürfen ist erst erwachsen werden ist mir egal ob du an dem und ist das gilt für alle erst bietest du mir an dann Ja, das ist so ein Unternehmen. Dann ist das, was du hier? Ich weiß, dass ich mich nicht so sagen kann, aber ich weiß, dass ich mich nicht so sagen kann. Ich weiß, dass ich mich nicht so sagen kann. Ich weiß, dass ich mich nicht so sagen kann. Dann ist es anders. Was hast du, Velvet? Ich habe mir viel bei Altsprache gelernt. Es macht so viel Spaß, etwas Neues zu lernen. Da musst du mich von einem Thronparadies zu solch einen Ort bringen. Im Wesens habe ich eine aufgeweckte und leidenschaftliche Schülerin an meiner Seite immerhin etwas. Schülerin? Was? Das ist ein Junge. Da bin ich mir ja fast sicher. Ich habe mich für eine große Aufgabe von ihr. Ich habe mir einen neuen Geist-Sensoren mit den Eifrieden. Ich habe mich nicht mehr so einen Angriff in die ich für die Schülerin. Ich habe mich nicht mehr auf den Eifrieden. Ich habe mich nicht mehr auf das Schülerin. Ich kann mich nicht mehr von Karma noch nachher, was ich. Ich habe mich nicht mehr Zeit. Aber das ist ja auch eine große Rolle. Ich habe mich nicht mehr für die Schülerin, und diese Rolle bringen mich. Daher muss ich das Wasser nicht mehr sein. Das ist dann der Zeit, wenn ich den einen Ruhm-Wunschstelle bin. Sie richtigen sich das Team an. Ich bin der Grund, dass ich mich tun kann. Aber es ist das, dass ich mich nicht mehr als ich kann. Er ist so ein ganz stronger Mann, I-Frieder. Ja. Ich habe auch noch auf den ganzen船 gefahren, dass ich nicht mehr so lange bin, dass ich nicht mehr so lange bin. ich habe die ganzen sachen nicht doch mal gelohnt ja du bist hier ganz allein warum ja 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 Die Expedition, buff. rosa rennen wie schießt was dann für ein bekloppt habe 20 minuten ist okay denn da ist auch noch egal wenn ich unsere basis wollte mich den ganzen weg erst mal hierhin laufen außen fahrrad e1 auch das hier direkt wird da meine güte so kann ich an den sterben folgen was von da kommen wir ein bohr gehört ich vermisse irgendwie das war seine eigene basen haben so wie im final fans ist ihr ein fans die acht zum beispiel hat es ja einen riesigen garten als basis später luftschiffe oder irgendwie sowas gibt es ja bei tels aufspielen nicht dafür ein bisschen schade meine neueren spielen gar nicht mehr er will ich falsch oder nehmat hier ist doch ein stern weit wenn wir nicht richtig oder was und wie ist ja niemand hallo ok wir sind die dann mit ihnen geredet oder ein problem wo es immer noch sie hatte aus nirgendwo wie zum stern gegangen aber da war sie nicht meine güte mädchen da wo ich von euch wo die ist erinnern gesehen nein doch hat sie sich nicht blicken lassen ok eben sie erst hier nachfragen alle aber da ist ja jemand da bescheid weißen wir waren das rechte bezeichnungen wenn weg wir haben jetzt unser träumen gestehen der schuld wer mit mädchen wo bist du ist hier weggelaufen ja schon mal im stern gewesen aber da war es ja nicht da wo hier ist auf dem blöden turm eingeklettert und 3 wenn ich vollkommen falsch na gut muss ein auf dramatischer machen oder wie nördlicher wachträume muss ich da lang laufen dem 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 ja denkst du mal war mich auch wieder gegen die turtles kämpfen müssen optional boss mäßig und so und so gibt gab es uns ist ja klar gab es da gab es spoiler jade curtis und sophie war awesome habt jetzt erfahrten die irgendwie die meisten cameo charakter oder auch nur so drei oder vier glaube ich meine nicht so äh und da Ich habe zum nächsten Mal geartetet. Ich bin Angst. Sie so have notEN hierajust. Sie treateden Sie so lange? Ich denke, mit Tumas zu finden, aber chirurgisch. Ich denke, es ist ein Hummer. Es war Ihr floh, aber ich bin ein kleiner Mädchen. Ich wusste das mit deinen Jungen. Ich wusste nicht, dass es das Angst, dass ich ihn verwinne. Schöne Ich habe keine Schuld. Ich habe keine Schuld. Ich habe keine Schuld. Ich werde noch ein bisschen hier sein. Ich sage dir, dass ich es zu dir. schlug das steigte kreis oder von den unikasierungen an der da oder dem stelle noch an der jahre ist eine sinnvolle zurück lieber noch beste freunde oder ist mir auch ein bisschen entgegen kommen könnte die ganze zeit nur morgen und so soll irgendwas machen was mir gefällt bitte immer mal die kürze das war Das war das erste Mal. Ich glaube, dass ich das nicht so gut bin. Was man sich an Altrius verletzt? Nein. Ich glaube, dass die Welt der Welt der Welt ist. Ich glaube, dass ich das Leben für Menschen wie ein Mensch. Aber ich glaube, dass ich es nicht verletzute. Ich glaube, dass ich das nicht verletzute. Ich werde mit dem anderen Vertrauen arbeiten. Ich werde den Antworten finden. Ich bin... Ich möchte die Wahrheit wissen, um zu sein, was ich zu leben. Das ist wirklich ein Gefühl, Ruhig. Das ist dein Ruhig. Willkommen zu den Wiener Geist. ich finde ich kann schon der nachträglich noch nie kohd aus der korte kostet oder in die hausen des nennen der man in einer der konferen also mal glücklich und zufrieden oder so so es 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 Aber ich weiß nicht, dass es nicht nur ein Gewalt zu verdienen ist. Ach ja, ich weiß nicht, dass ich die Lebensmittel in die Gefahr nicht verbreitet. Also, dass ich keine Spiege für Elenoa habe. Ich habe keine Verbreitung, aber... Ich habe die letzte Woche von der Hauptstadt-Kammerin gehört. Ich will es mal probieren. Ich weiß nicht, was ich verstehe. Wollen wir uns da noch anzufangen oder hingehen? Wollen wir uns da? Ich habe mich sehr, sehr angreifte. Wollen wir uns da? Das war ich immer noch. Ich habe noch immer noch eine Verleufe. Ich habe noch einen Schocken. Ich kann mich nicht einfach nur ein paar Mal mit dir. Ich habe wirklich sehr viele Ereufe. Ich hab mich gefragt, wie schön hier. Ich bin ein Schweres. Ich bin ein Schweres-Bereich. Ich bin ein Schweres-Bereich. Ich bin ein Schweres-Bereich. Soll ich das? Oh? B.A.N.F., warum du hier bist? Ich möchte auch in deinem Freund sein. Ich habe jetzt eine große Frage. Entschuldigung, aber ich bin zurück. Ich muss nur auf jeden Fall sehen. Ich möchte hier sein. Entschuldigung. Ich möchte hier. Wien! Erlein! 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 Da bahnst du dich ein bisschen mehr an als das. Erfolgreiches Erkunden! Ja. Du bist der Glückwunsch. Du bist der Glückwunsch. Ich muss nicht sein, aber das ist ebenso. Nein, nein, die Verbrechen ist notwendig! Ja, das ist ja kein Problem. Der Welt ist ein ganzes Skechen- und Ideion-Kussis-Kix-Kai-Kai-Kai. Erlein! Du wirst wie ein Kilo-Kruch. Ich weiß nicht, wie kann es passieren. Ich weiß, dass es nicht mehr anstrengen können. Ein Kilo-Ktoll ist. Aber das ist eine Ergleichein-Kei-Kei-Kei-Kai-Kai-Kai-Kai-Kai. Aber es ist ein ganzes Besatz zu verspielen. Ich bin so ein Witz, wie ich mich für den Eichhörn ausführe. Ich weiß, dass ich mich nicht so an meine Stimme bin. Ich weiß nicht, dass ich es wirklich nicht so anstehe. Deswegen will ich es. Ja, ich will es. Ich bin dran, der Mann. Das ist toll, aber das ist ein Witz des Verletzs des Zens. Ich bin dran, aber das ist ein Witz des Eifrieds. Oh, aber ich habe noch ein bisschen die Eichhörn. heißen bin kurz erzählt alles okay machen wir alles noch wenn alle sachen die gelüftete das war ein bisschen was komm da 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 Oh mein Gott. Es ist doch nicht so schlimm. Das ist die Hälfte. Es ist nur ein Kuchen. Es ist nicht so schlimm, wie ich es. Ich habe immer so einen Kuchen. Ich habe immer nur eine Verkaufung gemacht. Ich habe nicht gekältet, dass ich sicher bin. Ich habe also den Kuchen. Also habe ich meinen Kuchen und den Kuchen auch noch ein Kuchen. Ich habe auch nur eine Kuchen. Daher habe ich mich nur einen Kuchen. Was ich, die Kuchen hat? Es ist ein Kuchen. mit es mehr an zeit mein gott duft holz ein sehr langer part Nein, Tandaria und ein paar Kouboku sind nur die Ouzoku, aber es gibt keine andere Kouboku. Die Kouboku ist ein guter Kau, oder? Wie kann man das nicht benutzen? Ich habe das nicht gedacht. Was weiß ich, Aizen? Wenn ich das erzähle, dann muss ich es nicht erklären. Ich habe das nicht gehört, dass ich mich nicht in den Zitzen bin. Das war ein Jahr, als ich in den Zitzen bin. Die Menschen in die Zitzen bin, die nicht in den Zitzen bin. Ich kann nicht in den Zitzen bin, was ich nicht in den Zitzen bin. Warum ist das so? Als ich in den Zitzen bin, hat die Zitzen überwenden, aber es wurde mir gedacht, dass es in den Zitzen bin. Das Baden im Morde kam. Das Baden im Morde kam. Ich glaube, ihr könnt ja eigentlich schon abschalten, weil so viel wird ja glaube ich nicht mehr passieren, außer an ein paar Skids. Das Baden im Morde kam. 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 kommen wir uns im nächsten part an ich bedanke mich als so schauen wenn ich bin da kann man einen kommentar oder sonst irgendwas und lassen oder sehen wir uns in der nächsten folge